Hallo, wie fühlst Du Dich? Ja, wir kochen ein bisschen auf, dass die Fliebelschneiden, weil nach Anfängern, haben wir uns dann doch erstmal ran gelassen, ein bisschen mitzupaufen, weil uns wieder fährt so ein bisschen dasselbe wie in Bulgarien. Ja, guckst Euch hin, trinken wir, wir machen dann schon alles, aber wenigstens 1, 2 Fliebellob, das jetzt fehlt. Nein, ich kann mich mal in der Schweiz sagen, wir sind doch nicht mal. Vielen Dank.